Wo lauft ihr hin? Das frage ich mich auch. Ruby, ich glaube, ich habe eine wunde Stelle gefunden, wenn ich Mabe mit 12-jähriger Junge ärgere. Er wird dann gleich beleidigt. Beräub dich, Mabe, das ist nur Spaß. Es ist wirklich beleidigend, das ist das Sitzige daran. Es ist so. Verdammt, ja, Mann. Snipergewehr. Ja, ja. Ja, immer noch besser als Dominic. Braucht ihr mal eine kaputte Gitarre? Ich habe schon zwei. Nein. Ich habe einen Molotow. Den löff ich jetzt da rein. Au. Hier bretter jemand. Ich habe auch keinen Medi-Pack mehr. Wer hustet denn da so? Mabe, möchtest du mich zufällig mal heilen? Lade nach. Keine Ahnung, möchte ich das? Ne, ja. Reist dich zusammen, Mann. Du musst das schaffen. Mabe? Gib mir Deckung. Muss mich verarzten. Kannst du jetzt nicht dir halten? Oh, ich hatte diese Stelle. Ich muss dich verarzten. Ja, dies nervt. Zum Glück haben wir noch eine Pipe. Jetzt geht's mir. Achso, du meinst mich. Die Sache ist, wir müssen uns erstmal verbarrikantieren. Ach, die Stelle. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wo tue ich das hier hin? Munition. Am besten hier irgendwo, oder? Am besten stellen wir uns hier hoch. Oder? Oder soll ich da drüben hin? Zur Treppe. Zur Treppe. Zur Treppe, okay. Wir müssen das Tor aufkriegen. Hier, auf die Treppe. Auf. Ist da noch sowas dergleichen? Hier ist Munition. Wir bleiben auch da oben. Ja, ja. Wir auch mit da oben. Ah, der Schuss. Oh, jetzt wollte ich den Wechsel einfach. Munition. Hier, Tuna, du wolltest doch vorhin schon den Knopf drücken, oder? Ja, nee. Sehr gut. Noooo. Wir kommen. Munition. Da ist ein Clown. Der schlimmste Teil kommt ja erst, wenn man da... Ich schwere dich zu spoilern. Wir spielen hier Lab von Dent. Die haben schon die erste Mission gesehen. Es läuft immer darauf hinaus, ob man laufen muss. Das erst mal hier ein bisschen ausfahren, bis eine kleine Pause ist. Ich wünschte, ich hätte eine Pipe. Die Türen sind auf. Die sind schon länger aufgetreten. Falsche Richtung. Was, wie so? Da müssen wir doch durchlaufen. Hey, die explodiert noch gleich. Ja, und aber in der Zeit, wenn wir eine geworfen hätte, hätten wir schon laufen können. Meine Güte, so jetzt laufen wir. Aua. Das war's. Ich bin weit gekommen. Du bist zu schnell gelaufen, glaube ich. Hilfe. Hilfe. Wenn hinter uns auch noch anfangen welche zu kommen, werfe ich hinter uns einen Molly hin. Sehr gut. Hunter. Alter. Da vorne ist der kackte Schutzraum. Da drin, oder? Ja, ne? Ja. Alter. Als ob kurz vor dem Schutzraum. Ey, ich lade nach. So. Danke, Nick. Komm, Nick. Da vorne ist ein Schutzraum. Du hast gut erkannt. Okay. Tschüss, Nick. Schnell Medipacks nehmen. Wieso? Warte, mit Nick. Nick hat mich gerettet und ich musste dafür sterben. Und halt wieder den meisten Kills. Hä, was? Echt? Ja, ja. Ist halt kein einziges Mal der Tank getroffen. Wie letzte Runde auch? Was denn? Was denn nun? Ne? In der letzten Statistik gerade. Diese Zombies hier wollen mich kalt machen. Oh, na klar. Erstmal sammeln wir Vorräte. Ich brauche dringend ein... Toch. Muss ich mich heilen und dann habe ich keinen Medi-Fack mehr. Tja. Also erst Rock'n'Roll und dann Zombies killen. Vielleicht kann ich ja nicht heilen. Der schönste Tag meines Lebens. Er hat keins. Achso. 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 Wer ist eigentlich mal mit Anmoderationen? Ne, ne, ich schneide es dann zwischendrin. Also ich weiß gar nicht, wie die Schnitte kommen. Und wahrscheinlich kommt hier jetzt ein Schnitt, gehe ich mal von aus. Weil halt hier ein neues Ding in sind. Herzlich willkommen, ne? In der Folge nun mal keine Anlass. Ne, das ist nicht wie bei Landwirtschaftssimulator oder Euro Truck Simulator hier. Oder sonst wo. Also. Muss ich dir nur gucken, dass ich wissen würde, wie es da geschnitten wird. Ne, ne, musst du nicht gucken. Kannst du aber. Kannst du. Euro Truck ist los und ich arbeite. Obwohl. Landschaftssimulator. MySexler. 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 La, la, la. Euro Truck Simulator ist langweiliger im Zugucken als Landschaftssimulator. Ja, wir kaufen bald MySexler. Wie weit seid ihr denn mittlerweile? Ja, kurz vor MySexler. Oh, das sagt ja viel aus. Wir haben jetzt drei Zadra-Verfolgen gemacht. Und ganz viel Mais gemacht. Und dann kaufen wir uns davon irgendwann einen großen MySexler. Aber das könnt ihr schauen, das sind die Folgen 35, 36 und 37. Das weiß er auch, wenn nicht. Ja, weil ich die gestern Abend des Geschnitten habe. Was steht denn eigentlich hier an der Wand? Mit einer Beuters. Das ist die Band, die draußen an dem Gebäude war. Sag mal, wollen wir dann eigentlich mal, ich hab, wir haben jetzt nicht so schon, wenn wir jetzt schon anmoderieren, wollen wir dann auch mal. Alter! Alter! Hier sind Toiletten. Oh, da muss ich hin. Und eine Soft-Trick-Maschine. In der Toilette. Fast. Der rät wieder alleine vor und der hätte sich dann beschwert, wenn irgendwas passiert wäre. Maybe. Ich hab noch mehr Toiletten. Ich auch. Maybe. Maybe. Fick dich. Ist halt so. Hey. Achso, gut. Wo? Ah, da hinten. Ach, da hinten. Ach, da hinten. Ach, da hinten. Ach, da hinten. Oh, shit. Lauf! Hey, schießt. Oh, Erdnussmann. Die sind schneller als du. Äh. Erdnussmann? Ja, der ist schon zerstört. Oh, Mensch. Oh, Mensch. Ach, hey, je. Ich erinnere mich. Hey, das war eigentlich ganz in Ordnung. Ja, ja. Aber... Oh, die sind schon hier. Schalten sie noch... Noch nicht an Schalten. Erstmal gucken. Da... Da bin der Akkad noch schlauer. Doppelpistil. Der zeigt auch schon ein Pistil. Maped. Verflucht seist du. Oh, guck mal, Automat. Das ist nicht der Erste, der das sagt. Warte mal. Ach, Nick, du bist so dumm. Zum Scheißen. Wartet mal kurz, bevor ihr startet. Was ist denn da? Was hat mich... Schaut mal, was hat mich hier gerade aufgehoben? Was ist denn das? Weiß gar nicht, was das ist. Wo? Sag mal. Feier... äh... Feuerwerkskörper. Was machen die? Wartet mal kurz, bevor ihr startet. Keine Ahnung. Aber was... Ich starte noch nicht... Ah, da kann man draufschießen. Das ist ja cool. Licht an. Boah. Also, Taktikschlau platzieren. Ja, ja, da sind auch ein paar Kanister noch. Hier unten würde ich machen, oder? Wir können loslegen. Ah, das ist ein Toner. Nein, noch nicht, noch nicht. Wir müssen hier noch ein paar Sachen platzieren. Hier ist ein Defi. Ab'n Schocker. Ab'n Schocker. Ab'n Schocker. Ja, ein Schocker. Oh, ich kann hier hochlaufen. Oh. Hier war ich noch nie oben. Oh, jetzt ist ein Sniper. Und ein Molotow. Also, ich gebe euch von hier oben Unterstützung. Wir müssen auskriegen, wie wir das alles anziehen. Wir müssen, glaube ich, da hoch, wo du stehst. Also, da oben müssen wir hingehen. Wir müssen dann auf die Bühne, oder? Ne, ihr müsst da auf die Bühne, genau. Ne. 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 Da muss man aktivieren, aber hier... Da kommt der Heli hin. Hier. Hier drüben. Ne, weil... Wir standen immer drüben auf der Bühne. Ja, ja. Ja, da muss man... Hier oben muss man aktivieren. Ja. Der Heli landet aber tatsächlich hier. Ja, der landet da hinten irgendwo. Hier. Bei mir. Wo bist du denn? Da unten. Ja. Da oder andere Seite. Letztes Mal war er auch auf der anderen Seite, glaube. Oder war es die Seite? Ist ja egal. Werden wir dann sehen. Was war da, wo ich war? Der aktiviert. Noch nie, noch niemand. Der schmach. Nein, 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 warte mal. Was gibt's hier oben so? Das noch Klo. Oh, wie schön. Das sind D-Fies. Das sind D-Fies. Oh, jetzt stabilisiert sich dein Finger wieder. Oh, jetzt stabilisiert sich dein Finger wieder.